Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege. Heute mit McFly, Tautau, Kunran und Dardosh. Hallo. Hallo. Grüß euch. Heute mit der C-Truppe. Dardosh ist dabei. Smau, ich bin der beste Spieler hier. Ich spiel doch mit einer Hand. Ist du leichter oder hast du... Was hast du denn nebenbei? Nimm die Hand vom Sack. Ich hab einen Apfel in der Hand. Allzeit. So nimm ich meinen Sack. Gleich wieder ein Niveau reingebracht in die Runde. Nein! Zum Apfel erfolgt man wieder der Spuch Ja, der stoppt das Niveau und dann würde ich es wieder heben. Ja, dadurch. Ne, mir ist schade. Müssen wir den Geisel suchen und eine Bombe-Secure-Area, okay. Gibt es den Keller? Eine Bombe, beziehungsweise einen radioaktiven Container. Unten sieht es frei aus. Okay, da ist jetzt ein zweiter Stopp. Sie verstecken sich alle. Irgendwann hat er einen Rekruten auf dich. Die sind ganz oben. Ganz oben? Du hast doch gesagt, zweiter Stopp oder nicht? Er hat mich nicht erwischt. Er war wirklich ganz oben. Da ist ja nur der eine Workraum links, oder? Der Standort des Bio-Gefahrgut behält das Unbekannt. Angriff Erlaubnis erteilt. Wenn man rausgucken, dann machen sie es aus dem Wichser. Unabbruch. Bestimmt. Pass dich doch an, Dadosch. Zurück wichsen? Ganz genau. Alles klar. Ne, das war... Ich hatte ein Video rausgebracht, wo ich gesagt habe, warum ich so ungern Ranked spiele. Und da wird halt sowas gelacht, wie passt dich halt an. Und ich finde es halt einfach doof. Weißt du, bevor ich mich halt an so ne Taktik anpasse, würde ich dann halt lieber aufhören, das Spiel zu spielen. Und deswegen spiele ich halt kein Ranked. Kann ich verstehen. Ich finde es schade. Ich glaube Ranked wäre echt... Ja, du brauchst ein Fünferteam für Ranked. Ja, ja, ja. Du brauchst halt ein Fünferteam, die fast alle auf dem gleichen Lose wären, ne? Oder halt sein Anfang... Die hat auch richtig Bock da... Die Leute müssen halt richtig Bock dazu haben. Und deswegen mag ich Casual. Das ist halt... Da kann auch Leute mit spielen, die keinen Bock haben. Ne, aber da kann halt auch mal der Sachse viele Leute holen, ja? Der Sachse hat bestimmt Bock auf Ranked. Aber der Sachse ist mal so richtige Killer. Und mal halt nicht. Ja, mal Hacker, ne? Ja. Ja, I'd rather be Hacks dann. Da ist doch mutig, ey. Alter Kalais. Wenn da keiner ist. Also eigentlich sehe ich den Kanister, aber ich... Achtung, Dadusch. Ne, nicht rausgehen aus der Tür. Ne, ich brenne da gerade was. Nein, ich weiß. Nein, 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 nein. Auf jeden Fall zum Objektivraum unter dem Schild ist ne Frostfalle. Vorsicht. Der war links in den kleinen Raum hinten, Dadusch. Du hast gerade getroffen. Schön. Ich brenne mich mal weiter durch die Map. Da hinten, genau. Da hinten, genau. Der kommt gerade auch zu. Hinter dem Schild bei dem Eingang ist ne Frostfalle. Ich habe Angst, dass auf der Treppe einer ist. Ich gucke die Treppe runter, ich gucke gerade die Treppe runter. Da ist einer, ja. Alter, was geht denn hier? Ja, nix. Der schießt mir frontal das Schild durch. Seit wann geht das denn? Noch einer übrig von denen. Treppe, ja. Oh, die Shit. Wenigstens wird mein Guckloch dafür benutzt. Ich hatte dich nicht gehört heute, weil die alle geredet haben. Versteh schon. Da war der Letz, okay. Aber auf jeden Fall mit deiner Breaching Charge, was du hast als Ash, kannst du ein Schild und die dahinterliegende Matte zerstören. Ah. Okay. Ist gut zu wissen. Gell? Optimal für Ansagen im TS bei seinem Spiel ist halt kurz und knapp wichtiger. Ja, stimmt. Also ich konnte dir auch nicht zuhören, weil du halt so viel gesagt hast. Ja, ich hab so viel gesagt. Das ist mir dann auch aufgefallen. Verzeihbar. Cool. Ach Quatsch. Ich würde mir einen aussuchen, den ich haben will und den dann freispielen. Ich leg mal ein paar Matten hin hier, ne? Hätten Waffen-Skins sein sollen oder so. Keine Ahnung. Hast du eigentlich deine letzten Skins bekommen? Jaja, die hätt ich irgendwann noch bekommen. Wie setze ich hier jetzt meine Spezialfähigkeit ein? Du hast eine Drohne. Ja. Die kannst mit Leertaste nach oben oder nach unten schwimmen lassen. Und die kann dann nur schießen, wenn sie oben auf der Decke ist. Okay. Also du siehst es dann auch. Und die tarnt sich sogar selbst. Es bleiben noch 10 Sekunden. Oh, die Drohne ist noch nicht drin. 5 Sekunden. Magazinwechsel. Beschützt den Bio-Gefahrungsverhältnissen auf jeden Preis. Ich spiel uns mal ein. Ja. Ich komm von dieser Seite hier. Ich markier die einmal. Die haben erstmal an die andere Kamera gedacht. Die haben hier oben gesmoked. Die haben hier oben gesmoked. Hier höre ich auch was. Einer ist auf dem Dach hier noch. Also da wo ich den Sledge am Anfang markiert hatte. auf den Hafendächern. Ey, wenn das Movement mal in jedem Spiel so wäre, ne? Das ist so ein Traum. Ja, sowas in HNZ1. Gena auch Ego-Sicht. Das wäre mega geil. Einer ist hier oben in der zweiten Notage. Äh, hier. Die schweißen. Wo ist einer? Bei uns unten. Ich höre ihn hier. Über Grundrand. Rechts von dir. Ah, die sind rechts. Wie kann man heute nicht tot sein? Ich bin Rook. Äh, ist da, ich, 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 ich höre ihn hier. Ja, der ist reingefallen. Ich hab da die Falle hingepflegt. Achso, okay. Ich hab mal Glück gehabt. Da ist noch einer. Einen markier ich außen. Der sieht meine Kamera jetzt gleich. Ihr seid, Tautor ist alleine da in der Bombe. Ja, einer Bombe, ja. Ist nur, ne maximal können zwei im Haus sein. Einer ist noch draußen, das heißt maximal einer im Haus. Ja, draußen vorm Tür. Von den. Draußen vorm Tür. Leg dich doch mal an den Tisch, Tautor. Draußen vorm Tür. Diese tolle Position. Ich glaub, das ist ne Granaten ins Loch gekommen. Wir lassen die mal lieber reinkommen. Da ist, die haben auf jeden Fall ne. Die war leider. Geh mal in meinen Geheimgang. Mach schon. Okay. Ich sag, wenn sie oben sind. Über die Tasche über euch. Weil da ist das Fenster offen. Ich bin so geheim verste... Einer ist drin. Ja, ja, ja. Schaut rein, du musst jetzt runterkommen. Ich bin geheim super versteckt. Der ist wieder rausgegangen. Ja. Ich bin super geheim. Super geheim. Ich stell wieder rein. Da, du leg dich mal nach rechts. Vielleicht siehst du dann, wenn er reinkommt. Ja, du kannst doch, doch. Dann machst du ein bisschen wie er im Tisch drin. Ja, ja. Da. Nein, glaub nicht, oder? Es wird ja entschieden, dass er secure. Kuna, fahr mit deiner Drohne in den Objektivraum und weg ab. Dass du ihn dann lehmst. Die ist kaputt. Das Problem ist, in der Zeit wird Kuna dann völlig frei und offen irgendwo. Bin ich gemüht? Die ist kaputt. Ach so. Wusste ich nicht. Ähm, links im Raum ist offen die Tür für dich. Bin entdeckt. Da. Ja. Er ist immer noch bei mir. Er kommt jetzt, glaub ich, rein, glaub ich. Hab ihn lang geschossen. Ja, er ist wieder links aus. Links im Piano Raum. Pass auf, der aimt auf dich. Vorsicht, gell. Er ist geradeaus. Ja, er ist immer noch da. Ja, ne, mein kleiner noch. Der ist doch gar nicht drin, oder? Er ist rechte Seite beim Loch. Schön. Du hättest sogar noch C4 gehabt. Ja, ich hab ja jetzt überhaupt zum ersten Mal auf ein Geschoss. Ist das ein Asimov-Skin? Das sieht ein bisschen gut aus. Ja, sieht ähnlich aus, ja. Nein, wie heißt er denn? Ah, nehmen wir noch ein Sledge. Ah, ne, ich werd eigentlich Erster. Da war Runde 1 zu schwach. Obwohl 700 Punkte ist, noch alles drin. Wir überlassen dir die Kills. Niemals. Du bist schlechterst, wie ich kann's denn jetzt sein. Bomben bin ich noch nicht. Ne, der Tatsch-Man. Eben, ich mach grad 002 nämlich. Ich glaub, ich mach 003 draus. Ich hab Schnaps da in Einheit, Hans. Da ist die nächste Runde. Ich muss meine KT noch positiver bekommen. Ja, bist doch ganz gut. Wie sieht das gerade bei 1? Ja, und? 06? Ja, man war auf 07 am Anfang, glaub ich. Ah, die aimt, äh, die sind irgendwo oben. Da ist ein Loch. Die aimt nämlich die Treppe auf. Haha, er liegt da. Genau, hinter dir kommt dran, aimt er auf. So, nein. Bist du mir so wahrscheinlich ganz oben? Nein, zweite, zweite. Ah, scheiße. Wenn sie da auch nicht sind, müssen sie im Keller sein. Also ganz oben waren sie nicht. Okay. Fünf Sekunden. Fährt noch mal einer mit einer Drohne ab, oder? Zumindest eine in den Keller senden würde ich fast noch mal, ne? Vorsichtig, hinten rum wieder rausschießen. Haben sie doch. Die haben sie doch eben nicht. Entdeckt? Wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Was ist denn da? Weil ihr die Kamera da hinten gebraucht habt. Hat doch einer drauf geschossen, oder nicht? Ist gerade noch der erste Schuss gefallen. Ne, davor hat man. Gibt zwei Außenkameras zerstört. Also unten denke ich ist nix, weil unten die Wände sind offen, alle. Sind alle für nicht verstärkt. Das ist wohl echt in der zweiten, ja. Hier auf der Etage, hier liegt Schacheldraht hinter der Tür. Einer war gerade in der untersten Etage am rumlaufen. Okay, ja, Anna ist jetzt geschossen. Ja, oben sieht wohl frei. Also oben wird es zugebaut hier. Hier ist Smoke. Die haben Kapkan. Vorsicht. Oben ist frei. Also nicht in dem Fenster da. Also hier seht ihr es nicht. Habe Kapkan kaputt gemacht. War in dem Fenster. Das findest du auch, das wäre es im hinteren Fenster gewesen. Ja, schön. Das war dort. Naja, das Killhorksang, also ganz ehrlich. Na, offensichtlicher geht es nicht. Oh, okay. Oder Treppe links unten. Zündet. Hm? Treppe. Im Treppenhaus auf meiner Seite. Hantet mich sogar ein bisschen. Könnte zwischen dritter und zweiter Etage sein. Hast du das? Ach, da ist der Grund rein. Du bist, da unten bist du. Ich habe da oben ins Fenster geschossen, ja. Voll erschrocken, weil das Dilliger nicht klar dran war bei mir. Das ist nicht runter gefallen. Da ist auf jeden Fall die Bombe. Da ist auf jeden Fall die Bombe. Dankeschön, das Loch. Haben wir noch einer? Da ist einer. Ich glaube ich habe noch einen bei dir gesehen, Daniel. Ich bin mir aber nicht sicher. Der kann sinken. Der kann sinken. Wow. Der kann sinken. Okay. Oh, guter Schuss. Sehr schön. Da war doch da. Da habe ich doch rein geschossen. Ja, das ist eine gute Runde dadurch natürlich letztes, wie am Anfang an das Tier. ganz am Anfang habe ich das gesagt damit ich euch nicht wieder die Show stehle wie sonst immer wegen dem LP im Namen Leute wenn es euch gefallen hat gerne like gelassen, schau doch bei den anderen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, machts gut bis dahin Tschau